Hallo und herzlich willkommen hier bei einem Spiel, das eh jeder kennt euch und ich gar nichts sagen brauche, aber ich sag's trotzdem, Gary's Mod. Wir spielen in Sandbox-Modus und ich bin euer Zero-Fifteen und jetzt schau ich einfach mal, hier war irgendwo so ein Raum versteckt. Hm, fliegen, ging so. Hm, falsch. Hier. Bester. Ich mag nicht. Oh, eine Couch. Setz dich. Was für ein schöner Tag. Okay. Hier steht alles. Hm, okay. Okay, ja, aber jetzt weiß ich, jetzt bin ich schlau. Kann ich hier raus? Nein, ich muss fliegen. Uh! Ich verpack mich im Boden, ist mir klar. Hm. Auf jeden Fall, ich könnte jetzt mal ein Fahrzeug spawnen und dann nehme ich gleich mal mein kleinen Liebling, den ich jetzt elegant mal nicht gespawnt habe. Uh! Ich hab keine Ahnung, wie der Ingame-Sound grad ist und ich will das jetzt eigentlich bloß eine kleine Einleitungsfolge machen. Hier so, ja, die Map. Ich will dann auch viele Add-ons, viele Maps zeigen und alles. Auf jeden Fall, wow! Bestes Auto, bestes Auto, ich liebe dieses Auto. Am besten ist natürlich immer noch die Idee, in der Mitte, das habe ich schon mal gemacht, das muss ich jetzt leider einfach machen. Also, wenn man... Ja. Brunneln ist dann doch zu groß, aber ist eigentlich scheißegal. Wie ging das jetzt? Wie ging noch mal drehen? Achso, hier. Drehen. Ja. Ja. Man merkt, ich baue nicht grad oft in... Wooh! Was zum... Okay. Ja, das passt doch eigentlich. Okay, nein, ich pass doch eigentlich. Ich gehe da rüber zum Auto und bau irgendwas ganz Simples. Hier. Kein Saum. Ja, was? Wehe. Das ist aber... Oh. Ähm, wie ging das jetzt? Ähm, also Werkzeuge, dann brauche ich einmal das Verbinden und dann brauche ich... Hm. Okay, Unzerstörbar. Perfekt. Dann nehme ich natürlich den Pfosten hierhin. Oh! Was für ein schöner Pfosten. Pack. Und dann jetzt... Jetzt kommt die Idee der Ideen. Hm. Auch wenn es total hobbylos ist, einfach mal hier ein... Wunderschönes Seil aus Blitzen. Ja, aus Blitzen. Und den Pfosten befestigen und dann... Bestes geradeaus fahren. Einfach hochintelligent, diese Idee. Einfach wirklich hochintelligent. Und ich bin dann wirklich 10 Minuten lang im Kreis gefahren. Weil ich stolz darauf auf, das erste, was ich gebaut habe, aber... Bleibt da mal klar. Ähm... Geht weg. Jetzt hol ich die Person. Ich hab keine... Boah. Geil. 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 Geil weg. Jetzt hol ich die Person. Boah. Geil. 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 Und jetzt. Trampoon. Was? Okay. Nein. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Bei Trampoon... Geil. Guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an. Woh! Ich finde trotzdem wirklich den Zauberstab. Beste Waffe. Beste Waffe. Armageddon. Armageddon kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Oder ist es die... Okay. Geht gerade die Welt unter? Ja, die Welt geht unter. Fall, befeiert. Okay, das ist diese Riesenexplosion mit dem Grafik-Bug. Hm, was gibt's noch? Einfach mal den Zauberstab alles ausprobieren. Spore Hill. Oh, ich hatte recht. Es öffnet ein Portrait. Was? Warte mal, warte mal, davor muss ich jetzt Fries platzieren. Ganz viele Fries. Mal schauen. Oh, getroffen. Bestes Game. Ich muss das jetzt einfach machen. Und ja, für das grundlegende Zeug könnte man sagen, das war's jetzt einfach mal. Ich könnte jetzt noch einmal hier den Punch... Den kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Ach so, damit kann ich ihn schlagen. Hast du alles, hm? Der macht gar nichts. Stürz. Stürz. Warum? Okay, und damit wäre ich die Folge von Garry's Mode. Und wenn ihr mir jetzt ihn wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Ciao.